Hallo, guten Tag. Heute zeige ich Ihnen einen Kanal von ungefähr, bei dem uns zur Steuerungslicht ist. Und diese Spannung von dieser von ungefähr, Steuerungs ist zur Spannung. Jetzt zeige ich. Drücke A, Licht ist an. Drücke B, Licht ist aus. Und diese ist Lernen-Test. Durch Lernen-Test kennen wir den Code Lernen und Lüchen. Diese Verbindung ist auch ganz einfach. Für mich besuchen Sie unseren Online-Shop. Danke für Ihre Chance.